Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Filmfreunde. Es ist Montag, der 26. Februar und das bedeutet natürlich eine neue Folge Film News, so wie jeden Montag und Donnerstag hier bei Film Flash. Heute sprechen wir unter anderem über Biopics zu den Beatles, wir sprechen über eine Neuauflage zu American Psycho, wir sprechen über einen Naruto-Live-Action-Film, wir sprechen aber auch über Box-Office-Zahlen, über Warner und noch vieles, vieles mehr. Also bleibt dran, denn jetzt geht's los. Meine lieben News-Junkies, bevor wir zu den News kommen, ganz kurz. Ihr kennt doch sicherlich so Meldungen, wie, dass mal wieder Nutzerdaten von Deezer, Spotify, Dropbox, LinkedIn und Co. geleakt wurden, oder? Was macht das mit euch? Also ganz ehrlich, ich denke mir da jedes Mal, hab ich doch nichts mit zu tun, da hab ich doch gar nichts mit am Hut. Aber stimmt das auch? Sind meine Daten sicher oder sind meine Daten längst geleakt? Und ich check das einfach nicht. Kann es sein, dass wir da alle ein bisschen zu simpel mit umgehen? Kann es sein, dass wir immer erst dann handeln, wenn es eh schon zu spät ist? Dabei gäbe es eine Lösung und die möchte ich euch jetzt vorstellen, nämlich NordPass. NordPass ist der Manager für euer digitales Leben, ob im Browser über den Laptop oder in der eigenen App. Ihr braucht nur einen Account für bis zu sechs Geräte gleichzeitig, um eure Passwörter, aber auch Kreditkartendaten zu managen. Ja, mit NordPass könnt ihr unter anderem schauen, okay, welches Passwort habe ich schon lange nicht mehr geändert? Welches Passwort ist vielleicht zu schwach? Bei mir sind es aktuell 185 schwache Passwörter. Und 571 Konten betreibe ich mit wiederverwendeten Passwörtern, also Passwörtern, die ich schon woanders genutzt habe. Aber NordPass kann noch mehr, unter anderem eure Daten checken. Also, ob eure Daten irgendwo im Internet geleakt wurden. Bei mir sind es mit meiner privaten E-Mail-Adresse zum Beispiel aktuell sechs ungelöste Fälle. Ja, die kann ich jetzt lösen, beziehungsweise gibt mir NordPass direkt die Ratschläge, die ich jetzt brauche, um zu wissen, was ich eigentlich zu tun habe. Klingt das gut? Also, ganz ehrlich, wie gesagt, wir kümmern uns alle viel zu spät um unsere eigene Sicherheit, um unsere eigenen Daten. Und das könnt ihr jetzt ändern. Und das am besten über meinen Link unten in der Videobeschreibung oder im ersten angehefteten Kommentar. Denn wenn ihr über diesen Link das Zwei-Jahres-Paket bucht, bekommt ihr aktuell nicht nur einen fetten Rabatt, sondern auch noch sieben Monate extra obendrauf. Also, sichert euch NordPass über meinen Link und jetzt viel Spaß mit meinem Video. Okay, meine lieben Filmfreunde, legen wir nun aber wirklich los mit den News und beginnen im Box-Office. Argeil hat mittlerweile weltweit an den Kinokassen 86 Millionen US-Dollar eingespielt und gilt damit leider als Flop. Der neue Spionage-Actioner von Matthew Warren konnte bisher leider überhaupt nicht überzeugen. Und das heißt wohl, dass der Film bald im Heimkino landet und dann bei Apple TV+. Einen Film, der auch nicht überzeugen konnte am zweiten Wochenende, ist Madame Web. Während der Film am ersten Wochenende noch über 50 Millionen einspielte, spielte er am zweiten Wochenende gerade einmal 27 Millionen mehr ein. Damit steht der Film bei 77,4 Millionen und das bei einem Budget von 100. Erst hieß es immer, der Film hätte 80 gekostet, aber es sind wohl 100 Millionen ohne Marketing. Heißt, der Film muss mindestens 200 Millionen einspielen, um für Sony ein finanzieller Erfolg zu sein. Bei Bob Marley, One Love, läuft es ein bisschen besser. Der Film, der soll mittlerweile 120 Millionen eingespielt haben. Bedeutet, er hat am zweiten Wochenende nochmal 40 gemacht. Dann Poor Things hat fast die 100 Millionen erreicht und das bei einem Budget von, glaube ich, 18 Millionen. Der Film hat mittlerweile 99,6 Millionen eingespielt. Und für so ein Indie-Werk, also wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt nicht fürs Mainstream-Publikum gedacht, ist das wirklich, wirklich ein Erfolg. Und ein Erfolg ist definitiv auch Wonka. Der Film wird jetzt bald in den USA bei Mac starten, bedeutet bei uns auch bald im Heimkino. Dieser Film hat aber an den Kinokassen, wo er auch in Deutschland immer noch läuft im Kino, 617 Millionen mittlerweile eingespielt. Das ist für so einen Film ein Mega-Erfolg. Aquaman and the Lost Kingdom hingegen kann man nicht als Erfolg sehen, denn der Film hat zwar offiziell 200 Millionen gekostet, aber durch die ganzen Nachdrechts können wir davon ausgehen, das Budget war höher. Der Film hat seinen Kino-Run nun beendet und zwar mit einem Einspielergebnis von 433 Millionen. Ein Film, der hingegen wirklich erfolgreich ist, im Vergleich zu dem, was er gekostet hat, Anyone But You. Wo die Lüge hinfällt, der neue Film von Sidney Sweeney und Glenn Powell, der konnte nämlich mittlerweile 199,8, also aufgerundet 200 Millionen einspielen. Und gilt damit nicht nur als erfolgreichste Shakespeare-Verfilmung, ja, im Grunde steckt da ein Shakespeare-Stoff drin, sondern auch als der erfolgreichste Rom-Com-Film seit Jahren. Ja, weshalb Sidney Sweeney und Glenn Powell übrigens nun bewusst nach Drehbüchern schauen, wo sie wieder beide zusammen zu sehen sein können. Das hat Glenn Powell gerade in einem Interview klar gemacht. Er hat gesagt, schickt uns Drehbücher, wir suchen gerade ein Projekt, wo wir wieder gemeinsam dran arbeiten können. Ja, Anyone But You. Also auf jeden Fall ein Erfolg. Den Film werdet ihr übrigens nach der Heimkino-Auswertung bei Netflix hierzulande streamen können. Und damit wechseln wir ins Business und hier ganz kurz angemerkt, Sony Pictures Home Entertainment übernimmt für Walt Disney künftig die DVD- und Blu-Ray-Auswertung. Ja, bedeutet Walt Disney macht keine eigenen DVD- und Blu-Rays mehr, sondern gibt das Geschäft an Sony Pictures Home Entertainment ab. Allerdings hat das für Deutschland keine Auswirkung, denn der Deal gilt für Kanada und die USA. Hier in Deutschland hat bereits im vergangenen Jahr Lion übernommen. Ja, Walt Disney hat keinen Bock mehr auf diese Sparte. Und damit lasst uns über Warner sprechen, denn vergangene Woche hat Warner Bros. Discovery-Chef David Sesleff die Quartalszahlen und damit den Jahresabschluss bekannt gegeben. Und dabei wurde bekannt, dass man mit seinen Streaming-Diensten Max, Discovery Plus und damit auch dem Pay-TV-Sender HBO insgesamt 2,6 Millionen Abonnenten verloren hat. Es wurde bekannt, dass man ein Minus insgesamt von 400 Millionen erwirtschaftete. Und ja, man hat leider die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt, wodurch auch der Aktienkurs in den Keller ging. Fakt ist aber auch, wenn man sich die genauen Zahlen mal anschaut, dass Warner im vergangenen Quartal einen Umsatz von 10 Milliarden gemacht hat und damit der insgesamte Jahresumsatz auf über 40 Milliarden gestiegen ist. Fakt ist auch, dass Max, der Streaming-Dienst, zum allerersten Mal im vergangenen Jahr ein Plus von 100 Millionen gemacht hat. Ja, auch wenn das letzte Quartal eben nicht so gut lief. Fakt ist auch, dass man über 5 Milliarden seiner Schulden abstottern konnte und dass man im vergangenen Jahr nur noch ein Minus von 3 Milliarden statt ein Minus von 7 Milliarden auf dem Papier stehen hatte. Das heißt, Warner fährt zwar immer noch nicht gut, fährt aber definitiv besser als zuvor. Das heißt, der Sparkurs von David Sassleff, der ist im Grunde eigentlich ein Erfolg. Auch wenn einige das ganz, ganz negativ betrachten und auch nach außen verbreiten. Aber ja, das sind im Grunde die faktischen Zahlen. Und hinzu kommt, dass natürlich im vergangenen Jahr ein Autoren- und ein Schauspielstreik stattfand. Und man hier sagen muss, ja Leute, es konnte gar nicht so positiv für Warner enden, weil eben Filme nicht richtig promotet wurden, weil dann aber auch Filme in die Kinos kamen, die nicht so performten, wie man das vielleicht erwartet hätte. Aber wiederum performt gerade so ein Film wie Wonka richtig gut, zählt aber eben nicht mehr großartig ins vergangene Jahr rein. Ja, also Warner steht nicht so schlecht da, wie es vielleicht einige Seiten gerade nach diesen Quartalszahlen versuchen zu verbreiten. Ich würde sagen, nochmal genauer hinschauen und einfach mal abwarten, was so dieses Jahr passiert. Und damit lasst uns über Cast and Crew sprechen und zuallererst über den nächsten Jurassic-Film. Kürzlich hat ja Universal Pictures angekündigt, dass sie bereits im Sommer 2025 den siebten Jurassic-Film in die Kinos bringen wollen. Und zwar basierend auf einem Drehbuch von David Kerb, der Mann, der damals das Drehbuch zu Jurassic Park schrieb. Man möchte eine neue Trilogie starten mit neuem Cast, neuem Regisseur, neuem Elan. Und dafür war eigentlich David Leitch angedacht, doch der ist wegen kreativer Differenzen ja dann doch nicht zu Universal gekommen. Dafür hat man sich nun Gareth Edwards gesichert, der Mann, der im vergangenen Jahr mit The Creator punkten konnte. Ja, der wird jetzt also das nächste Abenteuer aus dem Jurassic-Franchise inszenieren. Die Dreharbeiten müssen bald schon losgehen, denn wie gesagt, Sommer 2025 soll das Ganze im Kino starten. Und apropos nächstes Jahr im Kino. Am 30. April 2025 soll ja auch Thunderbolts in den Kinos starten. Das neue Marvel Studios Projekt erzählt uns von den Thunderbolts, einer Art Avengers, die für die Regierung arbeiten. Mit dabei der Winter Soldier, Red Guardian oder auch die neue Black Widow. Jenes Filmprojekt ist aber noch gar nicht inszeniert worden, beziehungsweise war noch nicht im Dreh. Okay, das soll sich nächsten Monat allerdings ändern, dann sollen nämlich die Dreharbeiten in Atlanta starten. Also da, wo auch Superman Legacy gedreht wird. Ja, anderes Thema. Thunderbolts hat aber noch kein fertiges Drehbuch. Ja, das ist bei Marvel Studios nichts Untypisches, aber es ist schon interessant, dass jetzt nochmal drüber gegangen wird. Joanna Calo, ihres Zeichens die Showrunnerin hinter der FX-Serie The Bear, wurde nämlich nun dazu beauftragt, nochmal über das Drehbuch von Eric Pearson drüber zu gehen. Der Mann, der zuletzt das Drehbuch schrieb und aktuell am Drehbuch für Fantastic Four sitzt. Ja, was ein Hin- und Hergeschiebe da, dass es nicht mal aus einer Feder kommen kann. Ich glaube, das wäre doch der richtige Weg. Aber ja, Joanna Calo soll das Drehbuch nun nochmal bearbeiten. Und hier ganz kurzer Spoiler. Aber zuletzt hieß es, dass das Thunderbolts-Team am Ende nicht überleben soll. Ich könnte mir vorstellen, dass man das nun wieder verändert. So hieß es nämlich zuletzt auch, dass Captain Marvel eigentlich in The Marvels sterben sollte. Ja, warum sollen denn plötzlich alle sterben, wenn sie gerade erst zusammengeführt werden? Verstehe ich nicht. Und auch für vor die Kamera hätte ich noch eine News. Denn America Ferrara hat sich dem neuen Apple Original Film The Lost Buzz angeschlossen. The Lost Buzz soll uns von einem Busfahrer, gespielt von Matthew McConaughey, erzählen, der gemeinsam mit einer Schulklasse, angeführt von einer Lehrerin, gespielt von America Ferrara, im Jahre 2018 in Kalifornien unterwegs sind. Und zwar während der verheerenden Waldbrände. Ja, wo damals über 100 Menschen ums Leben kamen. Also eine Geschichte angelehnt an wahre Ereignisse, nun in Produktion für Apple, kommt dann wahrscheinlich 2025. Und damit lasst uns über ein paar Filme sprechen mit Startterminen. So zum Beispiel Ferrari. Michael Manns Ferrari mit Adam Driver in der Hauptrolle lief ja weltweit bereits in einigen Kinos. Nur hier in Deutschland nicht. Weshalb es übrigens auch nie eine Kritik hier auf diesem Kanal gab. Der Film lief ja einfach noch nicht. Hat nun aber endlich einen Starttermin und zwar den 1. März. Dann wird der Film nämlich inkludiert bei Prime Video angeboten. Ja, wisst ihr Bescheid. Und für den 8. August, und das ist schon ein bisschen länger bekannt, wurde ja vor einiger Zeit Borderlands angekündigt fürs Kino. Für diesen neuen Kinofilm gibt es nun auch einen ersten Trailer. Borderlands, basierend auf dem gleichnamigen Spiel, erzählt uns von einer Frau, gespielt von Cate Blanchett, die auf ihren Heimatplaneten Pandora zurückkehren soll, um dort die Tochter eines Herrschers, gespielt von Edgar Ramirez, zu retten. Und dafür sammelt sie sich ein paar Outlaws zusammen, unter anderem Kevin Hart und ein Roboter gesprochen von Jack Black. Ja, ich habe keine Ahnung von Borderlands, aber dieser Trailer sieht nach purem Trash aus. Nach einer trashigen Version von Guardians of the Galaxy. Ja, den Trailer habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, ich weiß, einige werden jetzt unten in den Kommentaren direkt schreiben, ja, aber so muss Borderlands aussehen. Ich bin gespannt, was das für ein Film wird. Aber es sieht nach einer Mischung aus von Dungeons & Dragons, Ehre unter Dieben und Guardians of the Galaxy. Aber eher im negativen Sinne. Und ich liebe beide genannten Filme. Trotzdem hat das irgendwie so ein Mix daraus. Als wäre das so, ja, wir wollen irgendwie die Leute von beiden Filmen erreichen. Oder? Naja, egal, machen wir weiter. Unten in der Videobeschreibung findet ihr aber noch einen anderen Trailer verlinkt. Hoffentlich, denn noch ist er gar nicht erschienen. Aber im Laufe des Tages soll der neue Trailer zu Horizon erscheinen. Horizon ist das neue Western-Epos von und mit Kevin Costner, welches hierzulande durch Warner Bros. Pictures vertrieben wird. Am 22. August kommt Teil 1, am 7. November kommt Teil 2. Und in dieser Filmreihe soll man uns wohl die Geschichte von vor dem Bürgerkrieg bis nach dem Bürgerkrieg im Wilden Westen erzählen. Ja, aus verschiedenen Perspektiven. Also, Horizon, neuer Trailer, wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung. Aber ich hätte auch noch ein paar neue Starttermine für euch. So zum Beispiel zum Film Back to Black. Das Biopic über Amy Winehouse von Studio Kanal sollte eigentlich erst Mitte April starten. Startet nun aber eine Woche früher. Genauer gesagt am 11. April. Ab dann könnt ihr euch selbst im Kino überzeugen, ob dieses Biopic gut ist oder eben nicht. Was wir aber jetzt hier schon mal anhand des Trailers nicht erfahren werden, denn den Trailer können wir euch nicht zeigen. Immer wenn ich den Trailer einbaue, werden wir geclaimt. So geht das nicht. So geht das nicht. Ja? Studio Kanal. Möchten wir nicht. Schaltet uns frei. So nicht. Ja? Back to Black. Ich habe richtig Bock auf diesen Film. 11. April, neuer Starttermin. Und auch Mickey 17 hat einen neuen Starttermin. Zumindest erst einmal in den USA. Dort wird der Film nämlich am 31. Januar 2025 starten. Ursprünglich sollte der Film am 29. März diesen Jahres starten. Doch dann hat man sich bei Warner entschieden, wir müssen da noch einiges neu drehen. Lass uns das Ganze mal verschieben. Wenn ihr jetzt nur Bahnhof versteht. Mickey 17 ist ein neues Filmprojekt mit Robert Pattinson in der Hauptrolle, der darin einen Klon spielt. Ein Klon, der immer vorgeschickt wird auf fremden Planeten, um die Sicherheit festzustellen, beziehungsweise die Vorhut zu bilden. Und immer dann, wenn er stirbt, wird er einfach neu aufgelegt und dann gibt es halt einen Klon von ihm. Das Ding ist nur, dass in dem Film Mickey nur vermeintlich stirbt und dann aber doch noch lebt. Und dann auf seinen Klon trifft. Und das ist natürlich überhaupt nicht gut. Der Film bekommt jetzt ein paar Nachdrehs und nächstes Jahr gibt es das Ganze dann im Kino. Auch Lionsgate hat einen Film verschoben und zwar Ballerina. Das John-Rick-Spinoff mit Anna Diamas sollte nämlich eigentlich am 7. Juni diesen Jahres starten. Startet nun aber in den USA erst am 6. Juni 2025. Leo 9, die den Film in Deutschland vertreiben, haben noch keinen Starttermin bekannt gegeben. Hier möchte ich euch allerdings mal ganz kurz richtig abholen. Ballerina ist ein Spin-Off zu John-Rick mit Anna Diamas. Die spielt darin eine junge Frau, deren Eltern umgebracht wurde, die dann in dieser russischen Ballerina-Schule ausgebildet wurde. Natürlich zur Serienkiller. Und die dann Rache nehmen möchte. Der Film soll zwischen John Wick 3 und John Wick 4 spielen, weshalb auch Lance Riddick Teil von diesem Film ist. Und auch John Wick Keanu Reeves selbst. Der Film wurde durch Len Wiseman inszeniert und das bereits im Jahre 2022, weshalb man eigentlich davon ausging, dass der Film 2023 kommt. Nun soll er aber eben erst 2025 kommen und zwar wegen Nachdrehs. Allerdings sind es anscheinend nicht einfach nur Nachdrehs. Denn Ian McShane, seines Zeichens Winston aus der John Wick-Reihe, der hat nun in einem Interview klargemacht, es handelt sich hierbei wohl eher um Neudrehs und nicht Nachdrehs. Warum Neudrehs? Jad Stahelski, seines Zeichens der Mann hinter der John Wick-Reihe, Der hat kürzlich bei Lionsgate einen Deal unterschrieben, der ihm zusagt, das Highlander und das John Wick-Franchise zu überwachen. Sozusagen der kreative Leiter für beide Franchises. Er wird die Highlander neu verfilmen mit Henry Cavill, aber eben auch die John Wick-Reihe nun überwachen. Und das hat wohl dazu geführt, dass er entschied, Leute, wir müssen nochmal an den Ballerina-Film ran. Denn der wäre wohl nicht würdig genug, um im John Wick-Franchise zu existieren. Und das Interessante ist, dass Ian McShane im selben Interview, wo er preisgab, dass es eben Neudrehs und nicht Nachdrehs wären, dass diese Serie, The Continental, nicht unbedingt für diese Leute zum Kanon gehört. Denn keiner wurde von denen gefragt, ob sie irgendwie daran beteiligt sein wollen. Bedeutet, die John Wick-Reihe wird nun nochmal überarbeitet. Damit das alles für die Fans so ist, wie es sein sollte. So actionreich, so brutal, wie man das erwartet. Was anscheinend bei Ballerina nicht der Fall ist, weshalb nun nochmal ein paar Dreharbeiten anstehen. Len Wiseman soll wohl auch diese Dreharbeiten inszenieren, aber eben mit Oberaufsicht von Jed Stahelski. Und das klingt doch nach einem Plan. Aber es ist schon heftig, dass dieser Film so weit nach hinten geschoben wird. Ich meine, der wurde 2022 gedreht. Der 7. Juni, der nun frei ist in den USA, weil ja eben Ballerina nicht mehr starten wird in diesem Jahr, hat nun einen anderen Film beherbergt. Oder beherbergt nun einen anderen Film. Ich bin verwirrt. The Crow. Ja, die Neuauflage. Die mit Bill Skarsgut. Startet nun in den USA am 7. Juni. Jahre hat es gedauert, dass man The Crow neu auflegt. Nun ist es aber passiert, die Dreharbeiten liegen hinter uns und der Film soll im Juni in den USA starten. Wir können davon ausgehen, dass er um den Zeitraum dann auch hier in Deutschland starten wird. Der Film handelt dann von einem Rockstar, der gemeinsam mit seiner Freundin umgebracht wird und daraufhin zurückkehrt und Rache nimmt. Und er hat einen Raben als Begleiter. Ja, ich bin gespannt auf die Neuauflage. Am 7. Juni startet das Ganze in den USA. Aber ich habe noch mehr Updates für euch. Und zwar unter anderem zu Superman Legacy. Denn der sogenannte Table Read hat stattgefunden. Also der Moment, wo der Cast zusammenkommt, um miteinander das Drehbuch sich gegenseitig vorzulesen. Und danach ist ein Foto entstanden. Nathan Fillion hat sich nämlich gedacht, hey, das können wir doch mit einem Selfie einfangen. Und das hat man getan. Und so haben wir jetzt dieses Foto hier erhalten, wo wir so den Großteil des Castes zu sehen bekommen. Und apropos das neue DC Universe, das Drehbuch zu Supergirl Woman of Tomorrow ist fertig. Der Film hat zwar im Gegensatz zu Superman Legacy noch keinen Starttermin, aber Supergirl Woman of Tomorrow soll noch in diesem Jahr in den Dreh geschickt werden, nachdem Millie Alcock kürzlich als Supergirl gecastet wurde. Die war übrigens wohl nicht beim Table Read von Superman Legacy dabei, wo ja kürzlich immer wieder die Gerüchte auftauchten, dass sie im Film mit dabei wäre, weil sie jetzt schon gecastet wurde. Aber nein, sie soll zu Supergirl werden und zwar in Supergirl Woman of Tomorrow. Das Drehbuch ist fertig, nun sucht man eine Regisseurin. Und noch ein Update hätte ich für euch und zwar zu Greenland 2. Ich weiß, hat nichts mit DC zu tun, aber mit Jared Butler. Ja, eines seiner wohl besten Filme der vergangenen Jahre wird fortgesetzt. Das wissen wir aber jetzt auch schon ein paar Jahre. Doch nun ist es wohl endlich soweit. Im April sollen die Dreharbeiten starten. Ja, Greenland 2, wieder mit Jared Butler, soll erneut von der Familie erzählen, die im ersten Teil noch vor einem Kometen geflüchtet sind und in den Bunker abtauchten und nun im zweiten Teil versuchen, ein neues Zuhause zu finden in einem fast komplett zerstörten Europa. Ja, ich mochte Greenland 1. Bin gespannt, wo man mit Greenland 2 wirklich hin will, was da so passiert. Ich mochte wirklich Teil 1 von der Erzählweise, vom Aufbau. Und ja, Teil 2 soll jetzt gedreht werden. Können wir davon ausgehen, dass er 2025 in den Kinos startet. Und noch ein Update hätte ich für euch zu einer bereits angekündigten Filmproduktion, nämlich The Kane Chronicles. Die Romanreihe von Rick Riordan, dem Mann hinter der Percy Jackson-Reihe, sollte eigentlich für Netflix verfilmt werden. Ja, doch das passiert wohl jetzt nicht mehr. Das hat Rick Riordan, der Autor, selbst bekannt gegeben. Netflix hat die vergangenen zwei Jahre wohl irgendwie versucht, das Ganze nun mal in Produktion zu schicken. Doch hat's nicht getan. Und somit haben sie ihre Optionen verloren. Sprich, sie haben kein Recht mehr, diese Reihe zu verfilmen. Nun versucht man, einen neuen Abnehmer zu finden, der a, die Kosten für die Vorproduktion, die bereits angefallen sind, zu übernehmen und das Ganze dann eben auch umsetzen zu lassen. Ja, The Kane Chronicles handelt letztendlich von zwei Geschwistern, die sehr starke Magier sind, die sich mit ägyptischen Gottheiten anlegen müssen. Ja, ob The Kane Chronicles noch eines Tages verfilmt wird, wird sich zeigen müssen. Aber wir können auch noch über gänzlich neue Filmprojekte sprechen. So hat Sony Pictures nämlich gerade 1,5 Millionen US-Dollar für einen Pitch geboten, über einen Film, der sich damit auseinandersetzt, wie Pepsi versuchte in den 80er Jahren, Coca-Cola vom Thron zu stoßen. Ja, ein Filmprojekt über die Cola Wars. Nach Air also ein Filmprojekt, wie Pepsi versuchte, an die Spitze zu kommen, welches Sony Pictures gerne haben wollen würde. Bedeutet, wenn Sony den längeren zieht, würden sie dieses Filmprojekt schreiben und umsetzen lassen. Ob das wirklich passiert, wird sich aber noch zeigen müssen. Aber nachdem so Brettspiele wie Monopoly verfilmt werden sollen und zuletzt ja mit Air ein Film über die Air Jordans entstand, warum nicht auch ein Film über Pepsi und Coca-Cola? Naja, ich bin gespannt. Währenddessen hat Alejandro González Ineato, der Regisseur, unter anderem hinter The Revenant, ein neues englischsprachiges Filmprojekt in der Pipeline. Ein Filmprojekt, wo wir weder Titel noch Inhaltsangabe kennen, darf er aber wissen, es entsteht mit den Autoren hinter The Revenant und für Warner Bros. Pictures. Ja, und das Interessante an dem Projekt ist zudem, dass für dieses Projekt gerade mit Tom Cruise verhandelt wird. Der hat ja gerade eh einen First-Look-Deal mit Warner Bros. Pictures unterschrieben und nun soll er auch noch die Hauptrolle in einem Oscar-Kandidaten spielen. Also nach The Revenant geht man ja wohl davon aus. Es ist das erste Projekt des Regisseurs seit The Revenant in englischsprachiger Sprache. In Englisch sagt man das so? Egal. Und wir müssen jetzt einfach mal abwarten, was es damit überhaupt auf sich hat. Aber Tom Cruise mal wieder in etwas Ernsterem? Ich wäre dabei. Und auch Regisseur Sam Mendes hat ein neues Projekt am Start. Und zwar ein Biopic über die Beatles. Ja, Biopics sind ja aktuell wieder so richtig angesagt. Dieses Jahr Bob Marley, demnächst ja dann über Amy Winehouse, nächstes Jahr gibt es eins über Michael Jackson. Und ja, nun sind die Beatles dran. Und das, obwohl gleichzeitig ja eigentlich noch ein Biopic über John Lennon selbst in Arbeit ist. Aber eben nicht bei Sony Pictures, mit denen Sam Mendes nun vorhat, ein Biopic über die Beatles zu machen. Das Ding ist nur, das wird nicht einfach ein Biopic über die Beatles. Es wären vier. Ja, die Beatles waren vier. Und da haben die sich gedacht, lass uns doch über jeden der Beatles ein eigenes Biopic machen. Weil jeder der Beatles im Grunde wohl eine ganz eigene Perspektive zu den damaligen Geschehnissen hatte. Und so möchte man uns ab 2027 die Beatles im Kino präsentieren. Ja, ich bin wirklich gespannt auf dieses ambitionierte Projekt und wie man das im Kino vermarktet. Kommen alle Filme auf einmal? Kommen die Filme vielleicht pro Quartal? Ich meine, man will ja, wenn, dann wahrscheinlich alle sehen. Und was macht man, wenn der erste Teil schon floppt? Zeigt man die letzten drei dann gar nicht? Und welcher Teil wird wohl der erste sein? Ja, und wie viele Überschneidungen wird es geben? Und wie? Also, ich glaube, die Dreharbeiten wären schon echt heftig, wenn du vier Filme machst, wo einige Ereignisse sich ja wirklich überschneiden, aber aus den unterschiedlichen Perspektiven gezeigt werden. Ich glaube, das ist crazy. Ich finde es ein wirklich crazy Projekt. Also, Sam Mendes will die Beatles auf die Leinwand bringen, 2027 soll das Ganze im Kino starten. Crazy ist wahrscheinlich für den einen oder die andere auch folgende Meldung. Denn Naruto bekommt eine Live-Action-Adoption. Ja, vor einigen Wochen hieß es das bereits schon einmal. Nun ist es aber sicher. Lionsgate hat sich nicht nur die Rechte an Naruto gesichert, sondern nun offiziell auch grünes Licht für eine Live-Action-Verfilmung gegeben. Und diese Live-Action-Verfilmung wird von Destin Daniel Cretton inszeniert. Ja, der Mann, der zuletzt Shang-Chi inszenierte und im kommenden Jahr Teil 2 inszenieren soll, aber zuvor nun anscheinend erst einmal die Arbeiten an Naruto aufnimmt. Über einen jugendlichen Ninja, der der Beschützer seines Dorfes werden möchte. Erschaffen von Masashi Kishimoto, der anscheinend auch am Projekt selbst mit involviert ist. Er hat wohl auch schon mit dem Regisseur Gespräche geführt über seine Vision. Ja, wir dürfen gespannt sein, inwiefern man am Ende dann auch wirklich an dessen Visionen dran ist. Aber ja, Naruto bekommt einen Live-Action-Film durch Lionsgate. Ich bin wirklich gespannt, was das wird. Aber das war es noch nicht mit Lionsgate. Denn laut Jeff Snyder arbeitet Lionsgate aktuell daran, zwei alte Filme neu aufzulegen. Der erste Film ist Dead Zone. Dead Zone über einen Englischlehrer, der fünf Jahre im Koma lag, dann aufwacht und merkt, dass er durch die Berührung anderer in deren Zukunft schauen kann. Und dann merkt er auch noch, dass er deren Schicksal beeinflussen kann. Ja, der Film soll neu aufgelegt werden. Hierzu gibt es aber aktuell nur Pläne, noch keine direkte Umsetzung. Bei dem zweiten Projekt gibt es allerdings schon einmal den Versuch, einen Autoren zu finden. Denn man möchte American Psycho neu auflegen. Ja, dazu gab es ja damals zwei Filme. Einen mit Christian Bale und der zweite war, glaube ich, mit Mila Kunis. Auf jeden Fall war der erste, der handelte von einem Mann, der nach außen hin so ein Gelackmeierter war. Immer mit seiner Visitenkarte und so. Doch in seinen Privatgemäßern, wo er sehr viel Ordnung hielt, hat er die Leute alle umgebracht. Und zwar so richtig, richtig blutig. Ob das alles nur in seinem Kopf stattgefunden hat oder nicht, das wisst ihr, wenn ihr den Film kennt, vielleicht auch nicht. Aber American Psycho hat mich damals extrem beeindruckt und das soll nun neu aufgelegt werden. Laut Jeff Snyder sucht man aktuell, wie gesagt, einen Drehbuchautoren und dann geht man die nächsten Schritte an. Wer könnte für euch einen American Psycho spielen? Ich würde ja jetzt einfach mal Glenn Powell in den Raum werfen. Ich glaube, der könnte das. Oder wäre er einfach Jared Lettos Charakter und wird dann umgebracht. Naja, egal. Wurde Jared Lettos Charakter überhaupt umgebracht? Ich muss diesen Film nochmal schauen. Es ist viel zu lange her. American Psycho soll auf jeden Fall neu aufgelegt werden. Mehr Infos gibt es aber dazu noch nicht. Und deshalb lasst uns Schluss machen mit den Film News von heute. Wir sehen uns wahrscheinlich am Donnerstag mit den nächsten Film News wieder. Bis dahin. Cheerio.